Musik Der FC Bach leistet täglich unzählige Stunden freiwillige Arbeit für unsere Jugend. Wir Juniore-Trainer bieten unserem Nachwuchs eine Struktur, geben Ihnen ein sinnvolles Hobby und lernen Sie, Verantwortung zu übernehmen. Wir vermitteln Ihnen wichtige Werte wie Kollegialität, Teamspirit, Einsatz, Fairness und Gerechtigkeit. Wir leisten somit auch für unsere Gemeinde wertvolle Jugendförderung mit vielen ehrenamtlichen Helfern. Für das braucht es auch in Zukunft eine geeignete Infrastruktur. Bitte helft uns, diese zu erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017